hallo herzlich willkommen wieder bei nächster folge von minecraft days und wir sind heute draußen ja ich habe schon gesagt die sonne geht unter wir haben uns hier ein strand gemacht ich glaube den strand mache ich ein bisschen weiter das will ich unbedingt zu machen scheiße durch die nacken sehr 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 viel creeper gespawnt und in dieser aufnahme aufnahme in dieser projekt kann ich meinen ersten weisen abbauen machen wir erst mal das weg das haben wir nur hand ob sie okay ist nicht voll so zack zack passt super das ist nicht ganz gelb ich habe mir vorgestellt habe ich aber egal gehen weiter hier ist noch nicht gewachsen gut haben wir diese dinger zu du bist noch meins und hier glaube ich hier noch was würde hier ist noch was und das sollte was muss man kurz in haus gehen weil hake brauchen wir noch etwas haben wir keine hake oder was toll ich habe keine hake sogar scheiß stein habe ich überhaupt auch kein stein super okay dann gehen wir hier erde stein hört zum reisen genau eisenbaum ja zack zack zweimal ich muss mir klar bei galaba lab bald glaube ich zum zum unserem wie heißt es noch mal hier eisenbaum nicht aber warte mal oder ist mal das machen und sonst kann ich zwei sagen ja weil mein man genau genau haben wir nicht haben noch mal kurz nachgeschaut haben wir nicht leider so wieder genau wir mussten bald im mine gehen so gut erst mal schauen wir wie viel haben wir die weizen statt wir fangen ja schon wieder so an machen es gibt es gibt nicht schneller aber egal wir haben wir haben sie zeit heute machen wir ein bisschen gartenarbeit schnell zack zack das wir haben wir haben ja ordentlich noch so dann gehen wir zu ende vielleicht dann haben wir noch für weiter weiter weiß er reicht uns noch das und sagt er sich zack 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 könnte sehr knapp ja für zwei hat nicht gereicht egal dann nächstes mal machen wir aber jetzt haben wir viel mehr als letzte mal so das haben wir schon dann gehen wir hier erst unsere erste brot zu machen haben haben ihr bord bevor halb der will ich nicht aber ich will komplett man so vielleicht nehmen wir drei gut nehmen wir drei das hier wo ich weiß alles weg weil ich will nicht machen so und jetzt dass ich wollte das behalten das machen das wollte ich auch behalten das wollte ich genau das weg das weg das weg das weg momentan das und das gut gehen wir weiter weil ich will die eigentlich oder so cool person weg oder was sehr schön so sollte sein ja mag mir hier erde das würde nicht so fließen genau so dann muss man ja komplett hier die loch und plätze so machen bevor die creeper kommen schon wieder und machen schon wieder was kaputt so da haben wir das schönes hier passt wenn ihr hat sie mich gut scheiße was ich konnte machen hier weiter mit minecraft ich habe schon mir überlegt vielleicht weiß nicht noch ganz was nächstes baue ich einfach baue ich was ist ja wieder sagt 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 fertig wunderbar die folge haben wir die folge das haben wir schon was ich will hier machen und sind echt nicht toll ich bin runter gegangen ich wollte nicht schon untergehen machen wir so zack zack äh toll muss ich komplett so machen jo super ja fangen wir das ab alles upsala ich wollte nicht komm machen wir so zack 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 so fertig zack 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 jay das haben wir das habe ich ich will komplett diese sand abbauen doch nicht ja super das wollte ich natürlich nicht machen so so das haben wir 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 gut weiter geht's mit der sand abbauen jo das haben wir das hier ist wunderbar momentan geht's wunderbar ich glaube habe ich hier alles abgebaut von wasser und theoretisch hier haben wir alles schon abgebaut auch zuschauer habe ich viel lag im markt mir weg nach oben gesperrt ups super super wie komme ich da sehe es nach oben so zack ok gut ja prima gut gut so das haben wir den sand haben wir auch abgebaut gut ich wollte irgendwie sand so mäßiges machen komm machen wir hier gut so 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 zack so das haben wir so so wie ich wollte vielleicht scheiße gleich werde schon nacht oder was so schnell ist es schon diese zehn minuten vorbei oh mein gott habe ich gedacht sie werde so schnell so der stand bauen wir erstmal wird das ups was ich will nicht da ja gut zack 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 bach 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 so zuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzeあua Au Ekse Nein weg gar genau Sawak zack 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 ich glaube das reicht uns leider nicht auch nur noch 6 aber ja reicht uns trotzdem nicht ja das ist ein bisschen zu groß geworden also ich wollte wahrscheinlich oder ja ein bisschen so groß egal aber es ist irgendwie besser gut ausfindig ja schauen wir mal jetzt schlag mich scheiß zombie sterb sterb hier ist noch sand so das haben wir schon denn nach ist aufgestiegen und wir werden jetzt das bleiben ja wir gehen jetzt im mine kurz für diese bis ende der folge bevor stein stein eisen habe ich nicht ich glaube muss ich noch mehr eisen spitzhacke machen wenn ich finde so gold oder diamant das genau hier sagt sagt aber muss ich leider gottes wille schon die eisen machen jetzt ist ziemlich knapp jetzt momentan mit den eisen ist ja da sagt okay eine zwei konnte eigentlich reichen wie die spitzhacke und fertig das haben wir gut die gammelte fleisch und ich fresse ein bisschen brot noch und also das erreichen gehen wir weiter die höhle 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 so und es ist sauvie dunkel vorher habe ich nicht genau die vorher zeug die fackel konnte ich frage mal aber ich habe glaube ich nicht so viel kolle das leuchtet was ok lava lava will ich nicht mehr haben ja das ist auch gut so so je weiter wir finden wir noch was warte mal ich habe ich habe schon fehler ich habe schon fehler gemacht gold gold ja ist klar gibt es noch was ja gold hier weiter juhu gold so müssen wir jetzt zurück gehen tut mir leid aber ich mache meine jetzt methode wie ich suche die alle ressourcen oder die erz und so weiter gut fangen wir von hier an also weil ich weiß nicht wo die alle liegen oder diamanten und so weiter dann mache ich mal so suche ich jede einzelne nach der anderen das dauert vielleicht schon länger als sollte ich aber es finde ich manchmal war so ich war zwei block entfernt von diamant und das habe ich nicht gewartet 1 2 immer jede dritte mache ich so block das geht schneller länger mache ich nicht weil also wie sie seht ihr schon habe ich schon was tolles gefunden das was wir brauchen das was wir brauchen Eisen haben wir schon gefunden und auch nicht wenig wir haben ja gewohnt glaube ich 8 stück oder 8 genau seht ihr so haben wir schon haben sie ressourcen ja gut hier ist nichts schade ich werde lieber was finden ich mache immer so abends wahrscheinlich werde ich machen diese mine also tags werde was raus machen und abends ja abends will wahrscheinlich dann werde ich mine gehen oder wenn ich will was unbedingt fertig machen na sowas was haben wir hier gewonnen so tolles Eisen schon wieder na sowas so dann gehen wir hier weiter hab ich ah habe ich schon so geschaufelt aber bald kaputt ah halb so wild so äh so das haben wir und das noch glaube nicht ne öh ne schade 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 ganz schade wenn kommen wir finden wir auch nicht schlecht na sowas schon mal hat haben wir was tolles gefunden ne das geht nicht mehr weiter gut schon wieder äh Eisen meine Güte ich habe Glück heute mit den Diamant äh mit jemandem der Mann wäre auch cool aber ne Eisen okay dann machen wir das alle weg äh jo das und das und das nix sehe ich sehe nix moment dabei das ich weiß noch ob ihr ihr seht was oh gleich ist es schon Tag mhm so das haben wir und dagegen weiter aber momentan sehe ich auch gar nix ne äh Rätzung feee komm holen wir Rätzung einfach weg auf ist diese umgebungen Rätzung werde ich sehr sehr viel bekommen wir haben die schon ajo 24 ah dann läuft bei mir schon von Eisen schade ich würde es gerne dann ein kohle kohle wird auch cool echt verdammt weil das brauche ich mich für Fackeln zu machen und offen weiß nicht wie viel habe ich ob habe ich genug oder nicht Torese könnte ich wahrscheinlich machen oh gold da musste ich aufpassen weil das ich nicht abbauen mit den Steinen Spitzhackers sonst die äh Gold werde verschwinden bekommen wir ja nicht nur die werde verschwinden einfach so warte warte jetzt stehe ich hier ja super mit Händen will ich nicht abbauen gut ok hier wahrscheinlich wird nichts diesmal oder leider nein was ist das für ein Licht geh weiter weiter und weiter und weiter nix und hier vielleicht hoffe ich mit dessen oh ich glaube kohle haben wir gewunden jo kohle komm das wird noch ein bisschen schnell gehen das alter haben wir wahrscheinlich viel jetzt gefunden Ajo haufenweise haufenweise bau schnell ab weil das wird die letzte Reihe für heute ja ist klar noch Diamant haben wir gewunden besser konnte nicht laufen oder juhu Diamant Alter wie viel sechs Diamanten geil also nächste folge abends machen wir immer die Mine weil ich habe gesagt will du bedingen Mine dann machen wir Mine haben wir sogar Diamanten gefunden das ist auch nice ich glaube muss ich irgendwann doch hier machen irgendwann die Treppe das geht schneller hoch muss ich nicht ganze Zeit so behindert sag ich so springen nach oben weil von Stein haben wir immer mehr oh das ist schon sowas von Tag wie hoch ist denn ok das haben wir was darf ich sein danke so Leute ich würde sagen das war's und wir sehen uns in der nächsten Folge bis nächstes Mal Ciao